Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten Jauer. Ihr habt es im Titel gesehen. Alles hat ein Ende. Damit wollte ich eigentlich andeuten, dass die Liga endlich ein Ende hat. Nicht dieser Kanal hier, obwohl einige im Discord bemerkt haben, dass ich im Moment kaum Videos mache. Ich war nicht in den Livestreams und ich finde es immer ganz süß, wenn einige schreiben, ich vermisse die Livestreams und so. Kann ich auch verstehen. Kann ich verstehen, Leute. Ich vermisse meinen Lieblingsstreamer auch immer, wenn er mal ein oder zwei Tage nicht da ist. Aber ich habe das nicht aus den Augen verloren oder sowas. Aber im Moment gibt es bei mir auch eine kleine Phase. Da bin ich froh, dass erstmal die Liga vorbei ist, dass wir ein bisschen normalen Alltag machen oder normalen Alltag haben. Lass mich mal eben fordern, dass wir einen normalen Alltag haben. Oh, ich kann ja noch was aufnehmen hier. Live. Krasses Scheiß. Ist aber neun auf acht, glaube ich. Naja, ist egal. Und wir wieder so ein bisschen Turniere spielen. Discord-Turnier. 5 gegen 5 ist übrigens gerade die Auslosung. Und auch noch so ein paar andere Sachen. Global Clash Club bin ich auch mit einem Clan dabei, etwas zu planen. Denn auch dort hat, ich nenne mal so, der Cup ein bisschen angefangen. Und ich bin froh, wenn die CWL hier wirklich vorbei ist. Ich war auch hier bei den Best Clashern mit dem Donnerbengel nicht in jeder Partie dabei. Auch bei den Spätzchen mit Soos nicht. Mit dem großen 12er Account seht ja morgen noch eine Folge. Und da war ich eigentlich auch ganz froh rum. Ich habe auch ein bisschen umgebeten. Also lass mich mal ruhig ein, zwei Spieltage raus. Denn meine erste, meine erste Arbeitswoche hatte auch gleich sechs Tage. Und war dann, ich war dann eher unmotiviert, was diese, was dieses ganze Clash of Clans angeht. Ihr habt ja gesehen im Discord sicherlich, dass ich auch mal ein paar andere Spiele gefrönt habe. Das muss ich einfach mal, auch das muss ich immer mal wieder zwischendurch so ein bisschen machen, um so ein bisschen unterzukommen. Sicherlich so ein bisschen, so ein bisschen mal wieder andere Luft zu schnuppern. Ich weiß gar nicht, ich habe einiges mal wieder angespielt. Klar, Mittelerde retten ist immer mit dabei. Aber ich glaube, in Neverwind habe ich mich auch mal wieder ein, zwei Stunden verloren. In Arch Age habe ich mal wieder reingeschnüffelt. Ich halte die Clients auch oftmals nur ein bisschen up to date. Spiel dann ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden und dann ist gut. Und das muss ich einfach mal, also ich kann das ganz gut dann bei solchen Sachen runterkommen, wo ich überhaupt keinen Stress habe, gar keinen Druck habe. Klar, hätte ich da natürlich auch die Stream-Maschinen anwerfen können. Aber ich glaube, das ist dann auch nicht so interessant. Und wenn ich Clash of Clans nicht streame und weil ich sage, ich bin im Moment sehr unmotiviert, was dieses Game angeht, dann heißt das nicht, dass ich das nicht mehr, dass ich das nicht mehr spiele oder es nicht mehr mag oder so, sondern ist halt so eine Phase, da bin ich ja, wie gesagt, da bin ich eher ein bisschen unmotiviert, was Clash of Clans angeht. Und warum soll ich mich dann auch noch hinsetzen und diese Unlust auch noch zwei, drei Stunden mit euch streamen. Da habt ihr auch keinen Bock drauf, wenn ihr da so einen Streamer seht, der die ganze Zeit so eine Flappe zieht, weil er eigentlich gar keinen Bock drauf hat, das Spiel mit euch zu streamen. Und das bringt es dann auch nicht. Dann verzichte ich lieber. Dann verzichte ich lieber, ist ja nichts aus der Welt. Und auch wenn dadurch meine Erfolge so ein bisschen auf Twitch jetzt gelitten haben. Das kommt auch wieder. Jetzt kommen wir wieder an den Zeiten. Aber mal sehen, wie der Jonas das hier gemacht hat. Er hat die Schweinereiter genommen mit Queen Walk. Das ist ein kleiner Charge, aber habt ihr gesehen, da hinten waren so viele Bomben schon. Sagen wir mal, was die Queen ausgelöst hat. Der Hund ist jetzt nicht so schlimm, aber der Ballon könnte ein bisschen schlimmer sein. Mal sehen, ob er da noch ein Gift nimmt. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Er nimmt kein Gift. Er nimmt jetzt immer noch kein Gift. Er hat aber Magel noch dabei. Queen ist noch dabei. Die hat er jetzt allerdings schon gezündet. Aber gegnerische Queen ist auch am Boden. Und mal sehen, von wo er jetzt reinkommt. Drei X-Bögen. Einer ist noch auf Level 1. Aber auch auf Level 1 macht er ein bisschen Schaden. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe die Kämpfe nicht alle gesehen, von wo er jetzt reinkommt. Ah, okay. Er kommt von da rein. Erstmal zwei Tesla mit aufgedeckt und zwei Tesla. Ah, er hat noch eine Karre. Entweder hat er die Karre vergessen oder er setzt ihn ganz, ganz bewusst jetzt hier mit rein. Mal sehen, was da noch drin war. Halshauber jetzt beim Bombenturm. Und die ganze Masse versammelt sich übrigens jetzt gerade bei dem X-Bögen. Auch nicht schlecht. Ah, Mohawks waren da drin. Ach nee, da war ein Pekka drin. Sehe ich gerade. Bei einem Pekka, glaube ich. Pekka Walküre. Ja, so ist das. Pekka Walküre. Und Queen macht im Moment immer noch das, was er macht. Sie macht Schaden. Wird schön geheilt. Wunderbar. Clean-Up-Truppen hat er auch noch dabei. Fünf Hochs noch zusätzlich. Mal sehen, da hinten kommt es rein. Hier vom im Backend. So nenne ich das eigentlich immer ganz gerne. Und der Queen wird, äh, der Queen, der King wird noch mal gegiftet, damit er nicht ganz so viel Schaden macht. Aber ich denke mal, die verprügeln jetzt auch den Dicken hier. Hat das schön gemacht. Hier Rathaus 10 auf Rathaus 10. Ich durfte diesmal mit meinem Rathaus 10 dippen. Also ich habe einen 9er gemacht. War mir so ein bisschen, auch das ist ein immer ganz, ganz recht. Kommt ja auch nicht so oft vor. Aber ich glaube, die CWL habe ich ganz gut mitgespielt bei den Best Clashern. Die spielen übrigens nicht das Discord-Turnier mit. Aber sie mischen ja in ganz, ganz vielen anderen Töpfen. Muss ich einfach auch mal ein bisschen für euch festhalten. Denn es ist eine nach wie vor coole Truppe hier. Ganz locker. Und ähm, mal sehen, wie, wie das hier für uns, äh, überhaupt ausgeht. Denn, äh, ihr seht das unten. Wir haben einen grün. Danach haben wir erstmal 1, 2, 3, keine grünen Haken. Den vierten haben wir auch nicht grün, ne? Ah, ne. Aber die nächsten beiden Haken, glaube ich, die werden dann grün. Nämlich den kriege ich hier. Ihr seht das auch schon. Äh, ihr denkt wahrscheinlich, Toto, was erzählst du da eigentlich für'n Scheiß? Ihr habt ja schon gewonnen. Ja, wir haben, wir haben, wir haben schon gewonnen. Der Gegner hat schon 30 Angriffe gemacht. Und wir haben die noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, warum der immer in der Außen, ne, in dieser Innenansicht jetzt reingeht. Wahrscheinlich, weil ich heute das Spiel irgendwie so gestartet habe. Ähm, finde ich sicherlich raus. Okay, wir gucken mal. Elf auf Rathaus. Elf. 20, 50, 48. Auch noch nicht ganz fettig hier der Cedric. Aber mal sehen, wie er das hier gerissen hat. Erstmal wird hier unten so ein bisschen der Funnel vorbereitet für den Pekka Bobet. Ist es ein Pekka Bobet mit Eisdrachen? Okay. Äh, mit Eisdrachen, mit Eiskolem, entschuldigt. Mit Eiskolem. Ich, ich hab's noch nicht verlernt. Ich hab's noch nicht verlernt. Mit Eiskolem. Und, ähm, da wurde jetzt erstmal ein bisschen gefannelt, dass die Queen, ja, mal sehen, nicht, nicht, dass jetzt noch außenrum latscht, beziehungsweise hier rum geht, ähm, weil das alles näher ist, sondern hier weiter reingeht. Mal sehen, wenn der Bogenschützenturm weg ist, auch doch, sie geht doch nach da hin. Okay, also drei Pekka jetzt hier raus, um den Weg hier freizumachen. Die Karre kommt noch mit dazu. Und die Karre, schade eigentlich, denn das ist ein schöner Weg, aber die Karre fährt trotzdem nicht, nicht als erstes gegen eine Mauer. Das ist eigentlich ganz gut. Single entfernen. Da hinten ist natürlich böse. Für eine, für eine Queen, da musst du sie zünden, hast keine andere Chance. Jetzt rennt sie allerdings wieder raus aus dem Single. Ein bisschen Glück gehabt. Und, äh, Karre geht hier immer noch schnurstracks Richtung Rathaus, aber ich sehe, das ist auch noch kein Maxdorf hier. Das sind noch Zehner Bogenschützentürme, glaube ich, so wie ich das sehe. Und auch die Magiertürme sind noch nicht ganz so hoch. Jetzt kommen die Bats hier mit dazu. Das sind allerdings immer ein bisschen wenig. Jetzt setzt er endlich die Mehrzauber. Ist bei mir manchmal auch. Da klickst du drauf und dann kommt da keiner raus. Das waren sicherlich jetzt gerade ein bisschen wenig. Da hat der Single immer leichtes Spiel gehabt, aber jetzt sind sie alle mit im Feld und es kommen ja immer noch welche nach. Also nochmal Glück gehabt gerade. Glück im Unglück. Und die machen jetzt allerdings erst die Wortenstatue. Ah, okay, da war jetzt der Magierturm, ist aber vorab gegiftet worden. Und der andere Magierturm geht jetzt wunderbar hier auf den Eisgolem. Da war der Magierturm schon abgelenkt. Ja, sauber. Hat er gut gemacht hier. Und dann machen die Bats hier außen jetzt den Rest. Das hat ja mal einen Anschein, dass sie mal ein bisschen langsam sind beim Cleanup, aber er hat ja noch reichlich. Hier Queen ist noch dabei, Bowler noch, Heiler noch ohne Ende. Also hier brennt nichts mehr an. Fünf Sekunden noch Zeit. Drei, zwei, eins. Den Cedric Seins hat er gut gemacht. Wunderbar. Und gehen wir mal in die Kriegskarte rein. Tummelen wir uns mal ein bisschen nach oben hier. Okay, hier gibt es auch mal Einsterner. Die müssen, ja, ich wollte gerade sagen, die müssen wir uns abgewöhnen. Das war ein Spruch, den ich heute bei den Spätzes aufgeschnappt habe. Die bleiben aber nicht aus, Leute. Die bleiben leider nicht aus. Ähm, denn, äh, geht, geht ja schon wieder so nah rein. Denn es ist ja so, dass, ähm, du mal ein gutes Händchen haben kannst, mal ein nicht so gutes Händchen oder deine Taktik passt, passt denn doch nicht. Es gibt keinen Plan B. Und, ähm, dann, ähm, musst du das, das bestmögliche rausholen, einstern. Ist, glaube ich, immer irgendwo drin, denke ich mal. Und, ähm, ja, ich weiß, dass wir, wir haben was live auf unserer Seite. Das weiß ich, weil die andere Seite ja jetzt schon angegriffen hat. Und, ähm, aber wir gucken uns den mal, wir gucken uns den einfach gerade mal ein bisschen schneller an. Dann kriegen wir vielleicht noch, noch das Ende live mit rein. Ich gucke mal gerade vierfach. Zwölf auf zwölf. Denn oben ist noch ein bisschen was offen. Mal sehen, ob wir da nicht noch einen coolen Fight von oben sehen. Und Slammer kommt hier mit rein. Die Hoggies hier haben schönes Passing. Jetzt hat er den Worden. Ah, der Worden ist ein bisschen, ein kleines bisschen weiter weg gewesen. Also, da waren die gerade noch so am Rand der Aura drin. Und dann sind das hier mit dem Cleanup schöne drei Sterne. Ich hau mal rein hier in den Sack. Denn das können nur noch unsere Leute sein, die hier gerade angreifen. Jo, das ist auch so Gurken. Wer ist das hier? Gurken GmbH. Gurken GmbH kommt hier rein mit, ähm, kleinem KS. So nenne ich das gerne kleine Skillsquad. Also, ähm, was willst du machen? Du willst ein bisschen Queen schaffen. Du willst den Adler packen. Die CB vor allen Dingen. Aber er hat jetzt hier gar nicht mehr so viel. Denn der Loon hat ganz nett, der Loon hat ganz nett abgelassen. Und ähm, hat auch keinen Sprungzauber mehr. Mal sehen, ob die Queen wenigstens noch die gegnerische Queen mit erwische. Ich bin mal gespannt, wie er das hier jetzt in der Mitte, in der Mitte regeln will. Äh, mal gucken, die müsste jetzt so ein bisschen näher kommen. Komm, Queen, komm mal ein bisschen näher. Da ist eine gegnerische Queen. Oh, no. Oh, oh, oh. Das wollte er sicherlich nicht, dass die Queen jetzt außenrum geht. Und jetzt geht's komplett außenrum. Okay. Ja, äh, jetzt kommt Plan B. Das meinte ich. Jetzt kommt Plan B. Ich hoffe, er ist mir nicht böse, wenn ich das jetzt live mit aufnehme. Und, ähm, ihn hier ja live mit rein bekommen habe. Queen hat er allerdings schon gezündet. Hox waren jetzt ein bisschen spät, um die Queen noch am Leben zu halten. Aber jetzt geht's darum, einen Stern zu holen. Denn ich glaube, einen zweiten Stern wird dann schon etwas schwieriger. Vor allen Dingen mit der Queen, die da in der Mitte wartet. Ähm, Tornadofalle hier. Am Magertum ist natürlich auch, ah, die Hox die ganze Zeit da bei dem Magertum. Vor allen Dingen in, ähm, unter Beschuss. Jetzt kommt die Queen hier noch mit rein. Ich hätte jetzt mal einen Frost gesetzt, dass sie, dass sie wenigstens ein bisschen weiter wackeln. Aber die Hox sind jetzt in Heilung. Ja, das kann, habe ich aber bisher eher ganz, ganz selten gesehen, dass, wenn Hox in Heilung sind, sie komplett durchreiten. Und dann auch noch die Queen matchen hier im im Rathaus 11 und 12 Bereich. Also gibt's dann eher selten, würde ich mal so sagen. Hat aber jetzt auch nichts mehr. Jetzt hat er auch noch nervende Skellis an der Hacken. Und das Rathaus wird jetzt immer unerreichbarer, denn es werden immer weniger Hox. Schade eigentlich. Schade. Aber den einen Stern vor allen Dingen auch nicht gerettet. Mal sehen. Er hat jetzt sicherlich noch hier. Und da hat er noch was. Oh, da hat er nur noch einen, einen Minion gehabt. Und dann ist das doch mal ein Fail geworden. Uh, uh. Ah, okay. Ei, 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 ei. Mensch, Mensch, Mensch. Schade. Schade, 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 schade. Und sogar noch einen Machtrang dafür vor Ballad. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Also jetzt nicht für uns, sondern für ihn. Ist aber sicherlich noch alles offen. Wir haben noch fünf Angriffe hier. Wir gucken mal rein. In MyTeamwert kann er noch alles angreifen. Andi, Demigod, im unteren Bereich noch Virus und Mr. X. Und ganz unten noch der Smog. Smog kann er noch was reißen hier. Hat er noch? Ja, der hat ja noch eine Base hier. Der hat noch eine Base. Ich bin auch zuversichtlich, dass er die sicherlich noch macht. Und von der Saison her werden wir, ja, sah es erst so aus, als wären wir hier auch durchgereicht. Sind wir aber nicht. Ähm, wir werden den hier jetzt gewinnen. Kriegen noch mal zehn drauf. Gegen 24 PI kriegen. Ja, die, die, die schaffen wir noch gerade so. Und die letzte Runde geht gegen Gondogging. Mal gucken, wo die im Moment stehen. Oh, die stehen ganz unten. Okay, also wir werden die Liga hier in jedem Fall halten. Kann man jetzt schon so sagen. Und, äh, Glückwunsch schon mal an der Stelle. Denn es ist nicht ganz so einfach hier mit Neunern, Zehnern und so zu bestehen. Aber das haben wir ganz gut, glaube ich, hinbekommen. Ich denke mal, ich bekomme alle Marken. Wenn wir jetzt so Sechster, Fünfter, Sechster, Siebter, ne, Vierter, Fünfter, Sechster werden, dann habe ich hier, habe ich die wirklich hier? Donnerbengel? Ach nee, ich habe erst vier. Ah nee, da kommen die von heute mit rauf. Drei sind sieben. Morgen mache ich sicherlich auch noch mal einen. Und wenn wir so Vierter werden, dann nehme ich auf jeden Fall ein paar Marken mit. Vierter, Fünfter, ja, 250 Marken, passt. Alles cool. Okay. Ja, ich denke mal, der ist immer daran reingegangen, weil ich hier die ganze Zeit immer noch so im Rathaus stehe. Wenn euch die Folge gefallen hat, auch von einem nicht ganz so motivierten Clash of Clans YouTuber, dann lasst mal am Ende einen Daumen nach oben da und morgen wir einschalten. Morgen gibt es Rathaus 12 Action vom Clan Spätzchen mit Soos, denn da ist auch irgendwann mal die Liga vorbei. Dann sehen wir uns sicherlich, sicherlich mal wieder in einem Livestream und mit weiteren Videos. Bis dahin. Euer Toto. Flasht. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.